Willkommen zu einem weiteren Video zur C-Programmierung von PIC 18F14K22. Wir beschäftigen uns mit dem ADC-Modul und haben jetzt im vorangegangenen Video bereits grundlegende Einstellungen vorgenommen. Wir haben also den RA2 als Eingang gewählt, an dem wir einen Potentiometer verbunden haben. Wir haben das ADC-Modul so eingerichtet, dass der ADC-Takt ein Megahertz ist, also die Wandlungszeit DAD eine Mikrosekunde laut Spezifikation. Wir haben also als positive Referenzspannung die 5-Volt-Versorgungsspannung genommen, als negative die 0-Volt. Wir haben das Format auf Write Justified gelegt, das heißt unsere zwei Bytes, das ADC-Result-Register, diese 10-Bit sitzen rechtzeitig. Wir haben den ADC eingeschaltet und wenn wir jetzt wieder auf unsere Vorschrift gehen, diese Conversion Procedure, dann sehen wir, dass wir eines vergessen haben und zwar Select Acquisition Delay. Was ist die Acquisition Delay? Die Acquisition Delay tritt dann auf, wenn wir die Kanäle umschalten. Und zwar, wenn wir einen Kanal wählen, dann braucht der ADC eine Zeit, um stabil die Spannung auf diesem Kanal an seinen Sample-Kondensator zu laden. Und das heißt, die müssen wir abwarten, bevor wir überhaupt zu wandeln beginnen. Und im Unterschied zum PIC 12 brauchen wir hier nicht manuell warten, sondern beim PIC 18 haben wir also eine Zeit, die er automatisch einnimmt, wenn wir auf die Go-Procedure drücken, also auf das Wandeln, dass er vorher das wartet. Und ja, schauen wir mal, wo wir diese Acquisition Delay einstellen können. Diese Acquisition Delay soll also zwischen 1 und 5 Mikrosekunden liegen. Gehen wir also einmal auf die einzelnen Register. Im Adcon 0 sehen wir es nicht. Adcon 2 hat es, das ist also hier die Acquisition Delay. Und wir wollen also 4 THDs, das sind 4 Mikrosekunden warten. Das heißt, wir gehen also hier auf Adcon 2. Kopieren das hier rein, bevor wir noch den ADC einschalten, weil das ist eigentlich ein Schritt vorher. Gehen wir auf Bits und wählen die Acquisition aus und stellen jetzt bei der Acquisition 4 THD ein, das heißt, wir schreiben 2 hinein. Damit warten wir 4 Mikrosekunden nach Umschalten des Kanals und das entspricht also der Mikro der Spezifikation. So, jetzt können wir weiter tun, also Conversion Procedure. Wir haben den ADC fertig konfiguriert, Interrupt brauchen wir keinen. Das heißt, wir werden jetzt als nächstes in unsere Interrupt-Routine hineingehen, hier oben. Und werden wir hier unten einen ADC-Wert laden. Das heißt also, wir müssen als erstes einmal den Kanal auswählen, den wir abfragen wollen. Das ist also das, was wir vorher hier oben noch erspart haben. Wir brauchen also den Select ADC Input Channel. Wo können wir den selektieren? Den selektieren wir in Adcon 0. Kopieren das Ganze hier her. So, und sehen jetzt den Channel Select und diesen Channel Select müssen wir auf unseren 2er setzen. Das heißt also, hier ist das 2. Damit haben wir unseren Kanal 2 gewählt. Kopieren wir diesen 2er noch hier her. Als Kommentar. Damit wir entsprechend wissen, was wir getan haben. Und jetzt starten wir die Konversion. Und wie starten wir die Konversion? Mit dem Go-Befehl. Go. Das heißt also, hier in diesem gleichen Register finden wir ein Go und Done. Das heißt, nehmen wir mal unsere Adcon Bits hier her. Und holen wir das Go and Done hier rein. Und jetzt schalten wir es ein. Das heißt also, jetzt beginnt der ADC. Erstens aber wartet er ab. 4 Mikrosekunden. Durch die Acquisition Time. Und das zweite ist dann, er beginnt eben zu wandeln. Und wir nehmen hier diesen Kommentar her. Und während er wandelt, das steht auch hier im Kommentar, bleibt dieses Bit auf 1. Und das wird uns jetzt helfen, die richtige Zeit zu warten, bevor wir unseren Wert lesen. Das heißt, wir werden jetzt eine Weilschleife bauen. Und in dieser Weilschleife werden wir dieses Go and Done Bit abfragen. Und solange dieses Go and Done Bit 1 ist, bleiben wir in dieser Weilschleife. Das heißt, wir warten einfach. Hier dürfen wir nicht die geschwungenen Klammern vergessen. Sonst macht sie einen Blödsinn. Und danach wollen wir eigentlich das Resultat auf eine Integer-Variable laden. Und diese Integer-Variable, die legen wir jetzt da oben einmal fest. Das heißt, also eine Integer-Variable. Und die taufen wir Poti. Das ist also die Variable, die wir so getaufen, was wir einlesen. Und die geben wir jetzt hier mal hier rein. Das heißt, Poti ist gleich. Und jetzt schauen wir uns an, wie das genau heißt. Und das sind unsere Register, die wir hier runtergehen. Hier sind die ADRES-H und LO. Wir wollen also das ADRES beides einlesen und auf die 16-Bit-Variable zuweisen. Und dann ist es passiert. So, und ja, jetzt können wir eigentlich beginnen, unseren Vorgang zu beobachten. Nur, wie sehen wir das, die Wandlung? Wir sehen es einmal, indem wir den Debugger verwenden. Und wie können wir den Debugger entsprechend einschalten? Naja, wir wollen eben Programm eigentlich an dieser Stelle hier stehen bleiben. Deswegen klicken wir hier draußen auf die, links außen, auf den 83er und fügen einen Breakpoint ein. Und jetzt gehen wir hier oben auf Debug in der Kopfzeile und sagen Debug Main Project. Und jetzt beginnt der PC oder das MPLAB, das Programm in den Prozessor zu laden, bleibt aber mit dem Prozessor verbunden und transportiert uns Werte hier auf die Oberfläche, die wir beurteilen können und anschauen können. Und jetzt sehen wir eines. Wir sehen auf einmal, dass dieser Balken grün geworden ist. Und unten im Fenster sehen wir Running and Target Hold It. Das heißt, wir stehen hier. Also die Frage ist, wie beobachten wir jetzt hier Werte? Dazu gehen wir hier unten auf den Reiter Variables, drücken hier mal rauf. Und damit wir diese Variable Boti dauernd beobachten können, die ist nämlich hier unten zwar angezeigt, aber im nächsten Schritt würde sie verloren gehen, machen wir einen Watch. Und dieser Watch, den geben wir Boti ein und drücken auf OK. Und jetzt haben wir dieses Boti hier ständig da und jetzt werden wir das einmal benutzen. Das heißt, jetzt werden wir einmal einen Schritt weiter gehen hier oben mit Step Into. Und jetzt sehen wir hier unten unter Value einen Wert 0023a. Das ist ein Hexadezimalwert. Und wenn wir jetzt unseren Schraubenzieher nehmen, das brauchen wir nicht, und unser Boti verstellen, das heißt, wir werden es einmal hier ganz rauf drehen. So, an den Maximalanschlag. Und jetzt sollte eigentlich der Wert, wenn wir jetzt weiterfahren, sollte er jetzt eigentlich sich erhöhen. Das heißt, wir gehen hier oben auf Continue. Damit läuft das Programm wieder, solange es bis es stehen bleibt. Und dann einen Schritt weiter. Und jetzt sehen wir 0,3FF. Der Wert hat sich erhöht. Wir sind also am Anschlag oben. So, wenn wir jetzt das Boti wieder verstellen. Und zwar in die Gegenrichtung. Also ganz nach unten. Dann liegen jetzt hier 0 Volt an. Wir machen wieder einen Lauf. Es ist jetzt wieder hier. Gehen wieder auf Step Into und sehen jetzt hier den Wert 0. Das heißt tatsächlich, unser Boti-Wert zieht also zumindest stationär, Anfangs- und Endwerte und Zwischenwerte. Ob es dynamisch funktioniert, wissen wir noch nicht. Aber dazu werden wir dann in weiterer Folge den DAC einsetzen. So, also fassen wir nochmal zusammen. Was haben wir getan? Wir haben also jetzt bei der Initialisierung noch einen Wert eingefügt. Und zwar die Acquisition Time. Das ist die Zeit, die gewartet wird, wenn ein Kanal angewählt wird, bis sich die Spannung am ADC stabilisiert. Also automatisch, wenn wir jetzt wählen und wenn wir dann den Go-Befehl drücken. Und das haben wir da oben getan. Wir wählen also den Kanal, drücken dann Go, schreiben wir es auf Go 1, damit beginnt die Wandlung. Wartet der jetzt 4 Mikrosekunden, dann wandelt der, das braucht also noch ungefähr 10 Mikrosekunden. Und ja, dann wird also hier gewartet, bis es fertig ist und hier zugewiesen. Und vielleicht ist eins noch interessant, jetzt werden wir den Debugger hier abbrechen. Das heißt, Finish Debugger Session. Den Breakpoint hier rausnehmen. Und das Programm normal hineinladen in den Controller, also über diese normale Taste. So, jetzt läuft dann das Programm. Wir werden nicht wirklich etwas sehen, weil der Zahlenwert im Prozessor verborgen ist. Aber was wir sehen werden, oder hoffentlich sehen werden, wenn wir aufs Oszilloskop gehen. Wir sehen auf einmal hier unten eine Veränderung. Und zwar, dieser kurze Impuls ist also wesentlich länger geworden. Und diese Länge, wenn wir jetzt hier noch auf das triggern. So, die Länge, wenn wir das jetzt einfrieren. Das hier, das ist die Programmlaufzeit. Und wir sehen von dieser winzigen Nadel, das Ganze hier hat sich das Ganze ziemlich verlängert. 100 Mikrosekunden ist also, was haben wir eingestellt, ein Kästen. Das heißt, das haben wir auf die Schnelle gesagt, wenn wir das also hier herziehen. Hat uns so eine ADC-Routine ungefähr 20 Mikrosekunden gedauert. Die Größenordnung vielleicht ein bisschen weniger. Damit wir einen Analogwert in den Prozessor gebracht haben. Das heißt, sehr viele ADC-Routinen können wir in diesen 100 Mikrosekunden nicht unterbringen. Und ein Stromregler ist daher, also ein Software-Stromregler wird also mit diesem Controller eher nur schwer möglich sein. Soweit zum ADC und zum Beobachten des ADC-Werts mit dem Debugger. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.